Heute machen wir eine Schaummaschine. Ja, wir machen heute eine Schaummaschine und das ist so leicht. Wir brauchen nur drei Sachen. Wir müssen nicht schnell mischen in Wasser, aber es ist ganz leicht. Wir brauchen eine Flasche. Shampoo oder was anderes. Und Socke. Eine. Und Schede. Okay. Wir müssen hier schneiden. Hier. Nur diese Seite dauern wir und diese kannst du wegschneiden. Socke musst du nicht kaputt machen. Das muss so sein. So. 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 und den Wiespielen und den Wiespielen und den Wiespielen Ja, und dieses Schaum ganz so zu Hause machen, ja das ist so leicht und ich habe dir gezeigt wie es soll das sein. Da muss die Flasche sein, da muss seine Leer sein. So zeige ich euch das nochmal. Ich habe eine Flasche anschneiden und hier ist Loch und hier ist kleinere Loch und normaler Strumpf. Ich muss hier und jetzt machen wir so. Und jetzt da drin ist Schaum und Basa. 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 Ja, das ist jetzt das Ende. Und wenn du möchtest noch andere deutsche Videos, dann sollst du ein Like geben. Ja, das ist alles. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.